Ein Gepard? Gepard? Aber ist da ein H drin? Ja. Bei Gepard? Ja. Das ist doch diese Raubkatze. Ja. Wo ist denn da ein H? Ein G, ein E, ein H, ein A, ein R und ein D. Gepard. Sie kriegen auf jeden Fall mal 27 Gradesanrufe. Der Gepard ist nicht dabei. Okay. Bleiben Sie mal dran. 27 Gradesanrufe, ja? Ja. Gepard. G. Gepard. G. Husch. Also, ich will mich jetzt nicht auf dem Fenster lehnen. Es kann sein, dass ich voll daneben liege. Ich würde, glaube ich, wetten, dass Gepard nicht mit H. Es könnte sein, dass ich jetzt falsch liege. Also, Jürgen zum Beispiel. Der würde das wahrscheinlich mit zwei H schreiben. Gepard. Ja, der würde wahrscheinlich hinten noch mit TH. Ja, so wie ich ihn Jürgen einschätze. Gott, bin ich schon wieder gemein. Aber ich glaube, Gepard, ich weiß nicht, meine Damen und Herren, vielleicht wissen Sie es besser, aber ich glaube, Gepard ohne H. Ähm, Tiere mit genau einmal H, machen Sie es mal und jetzt nicht irgendwie hier sagen, äh, Elefant. Elefant. Tiere mit genau einmal H zugeschlagen. Lösung, bitte. Hallo? Elefant. Elefant. 3, 2, 1, Nächster. Elefant. Leute, kein Wunder, warum wir das einst gelöst haben. Zugeschlagen. Lösung, bitte. Hund. Hund, so, ja. Hund ist leider nicht. Ich sagte mal, ich sag die ganze Zeit hier, wir haben Lösungen hier einmal H und so weiter. Aber wenn da draußen Leute sitzen, die Elefant und Dackel sagen, dann wird es natürlich nichts hier. So, stopp mal ganz kurz, meine Damen und Herren. Also, Dackel und Elefant sind ja die sensationellsten Lösungen, die ich bei so einem Spielwording jemals gehört habe. Dackel und Elefant. Herrlich. Ist herrlich. Deshalb liebe ich diesen Job, den ich mache. Verstehen Sie? Wissen Sie, ich erzähle Ihnen die ganze Zeit mega bekannt, mega bekannt und es passiert hier nichts an richtigen Lösungen. Dann zweifeln Sie natürlich an meiner Aussage. Das ist ja ganz klar. Deshalb wünsche ich mir, dass der Nächste wieder eine richtige Lösung nennt und dann sehen Sie, was ich meine mit den vermeintlich einfachen Lösungen. Das bestätigt mich dann wieder in meiner Aussage. Zugeschlagen. Lösung, bitte. Ich habe das Nilpferd. Das Nilpferd? Mhm. Aber wo ist denn bei Nilpferd ein Haar, Leute? Genauso wenig, ich höre Nilpferd, ich höre Dackel, ich renne. Also Leute, da kommen wir nicht weit. Herrgott, Leute. Die Sendung ist jetzt, naja, nicht ganz eine Stunde alt, aber wir haben erst eine Lösung. Erst eine. Lösung, bitte. Ja, ich würde sagen Meerschweinchen. Meerschweinchen. Wie viele Haas hat Meerschweinchen? Wie viele Haas hat Meerschweinchen? Ja, ich muss gleich in die Klapse. Ich muss gleich in die Klapse. Mir versagt die Stimme. Ich drehe gleich alles zusammen. Wollen Sie mich ärgern? Sagt mal Meerschweinchen, Pfadentackel, Pferd, was Sie mir alles für Lösungen nennen. Nilpferd, oder was? Kein Wunder, warum noch alle Lösungen dranstehen, wenn Sie vorm Fernseher sitzen und Quatsch erzählen. Leute, ich dachte, Sie müssen einfach mal eine Lösung nennen. Kommen Sie mir ständig. Entweder Sie sagen, wir Tiere mit zwei Haar oder Sie sagen, wir Tiere mit gar keinem Haar. Das werde ich wahnsinnig. Hallo? Hallo, lieber Tief, wahnsinnig. Doch, was haben Sie raus? Ja, die Feldlärche. Feldlärche, das ist sehr schwierig. Feldlärche ist es nicht. Drei, zwei, sechs, da. Aber Sie können mich natürlich auch schwieriger nennen. Ich habe hier so bekannte Leute, die Kreislaufprobleme. Zugeschlagen, Lösung, bitte. Ja, hab ich. Hab ich, so. Ist es leider nicht, aber gute Antwort. Drei, zwei, sechs, da wenigstens hat hab ich den Haar. Wenigstens hat der Anrufe das richtig gemacht. Ich habe hier die Lösung auf dem Zettel stehen, da können Sie mich... Hab ich, hab ich da zwei Haar. Das werden wir jetzt, ich bin schon genauso blöd. Genauso blöd bin ich. Zugeschlagen, Lösung, bitte. Oh Gott. Hallo? Die Kuh. Die Kuh. Wie viele Kuhs hat das Haar? Wie viele Kuh hat das Haar? Ach, wie viele Kuh hat das Haar? Sag mal, ich bin schon völlig bescheuert. Hab ich. Das glaub ich auch schon gehört. Äh, Elefant. Niel fährt der ganze Schrott. Zugeschlagen, Lösung, bitte. Der Hammerkopf. Der Hammerkopf, jawohl, der Hammerkopf. Natürlich der Hammerkopf. Ich hab einen Hammerkopf, Freunde. Ich hab einen Hammerkopf auf dem Hals. Hals. So einen Hals hab ich, der platzt mir gleich. So, wenn Sie mich sofort ein Tier haben mit einem Haar. Drüffle, Fülle, 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 Fülle. Seepferdchen. Ich hab schon, ich hab gerade Seepferd verstanden, Kinder.